Wenn wir uns das jetzt anschauen, dass Spanien jetzt zum Beispiel Leopard 2 Kampfpanzer, den deutschen Kampfpanzer liefern will und Deutschland muss ja da seine Zustimmung geben, also wie muss man das einordnen? Warum gehen die Spanier da voraus, während Deutschland sich nicht mal entschließen kann, den alten, den Leo 1 zu liefern? Ja, die Frage müssen Sie natürlich dem deutschen Bundeskanzler stellen. Ich kann sie nicht richtig beantworten. Wir haben ja eine seit Monaten andauernde Diskussion darüber, dass Deutschland endlich schwere Waffen liefern sollte. Der Deutsche Bundestag hat das dann auf unseren Antrag hin vor über einem Monat auch beschlossen. Nur was nicht geschieht, ist, dass die Bundesregierung sich danach verhält. Wir lassen die Ukraine jeden Tag im Stich. Wir haben die Bilder gerade wieder gesehen aus der Ukraine. Gerade im Osten ist man schwer unter Druck und nur mit schweren Waffen, nur mit Artilleriebewaffnung, nur mit Schützenpanzern, nur mit Panzern könnte die Ukraine sich erfolgreich gegen diesen rechtswidrigen, völkerrechtswidrigen Angriff verteidigen. Die Bundesregierung bleibt tatenlos. Das ist die Verantwortung des Bundeskanzlers. Aber ich muss auch den Koalitionspartnern FDP und Grünen an der Stelle klar sagen, es gibt viele gute Interviews aus ihren Reihen. Sie sind aber mitverantwortlich dafür, dass die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt nicht handelt und jetzt Spanien vorangeht. Da ist das Mindeste, was man machen muss, dass man Spanien, weil die Waffen ja aus Deutschland ursprünglich kommen, genehmigt, dass sie in die Ukraine geliefert werden. Denn die Ukrainer brauchen dringend diese Bewaffnung. Aber Herr Wadepul, wie erklären Sie denn dieses Zögern des Bundeskanzlers? Glauben Sie tatsächlich, wie es die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium gesagt hat, dass die NATO sich darauf geeinigt hat, dass wir keine schweren Waffen liefern? Das ist doch auch hinfällig. Es werden doch Gepardpanzer geliefert. Die Briten liefern moderne Raketenabwehrsysteme genauso wie die Vereinigten Staaten. Und dann kann ein Leo II nicht geliefert werden? Ja, vollkommen richtig. Also wir haben ja auch bei der NATO nachgefragt. Wir haben auch bei der Bundesregierung nachgefragt. Keiner bestätigt eine derartige Abrede. Die gibt es nicht. Die NATO ist doch gar kein Partner in der Auseinandersetzung mit Russland, sondern das ist eine nationale Entscheidung. Und das ist nur eine weitere Ausrede, die der SPD-Teil der Bundesregierung hier ganz offensichtlich sucht. Friedrich Merz hat Olaf Scholz in der letzten Bundestagsdebatte letzte Woche gefragt, ob er eine eigene andere Agenda habe. Wir haben keine Antwort bekommen. Wir wissen es bis heute nicht. Die SPD hat immer eine große Moskau-Nähe gehabt und Gesprächskanäle gehabt. Es ist immer richtig zu sprechen. Nur an dieser Stelle muss man einfach sagen, Russland führt einen brutalen Eroberungskrieg. Und wenn wir den jetzt in der Ukraine nicht stoppen, dann wird der weitergehen. Und dann zerstört das die europäische Friedensordnung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten. Und deswegen Deutschland ist hier gefordert. Der Bundeskanzler ist gefordert. Er reist heute ins Baltikum. Ein gutes Zeichen. Nur den Zeichen müssen endlich wirksame Taten an der Seite der Ukraine folgen. Deutschland bleibt hinter allem zurück, was unsere westlichen Partner machen. Sie haben es auch gerade noch mal genannt. Die Großbritannien, Frankreich, Spanien. Alle helfen entschlossen. Nur das Zentrale, das wichtigste Land in Europa, das größte Land, das auch Führungsanspruch immer für sich geltend gemacht hat, das bleibt tatenlos und das ist die Verantwortung der Bundesregierung. Sie haben es eben angesprochen, der Kanzler reist ja heute nach Litauen, um sich die NATO-Ostflanke ein bisschen genauer anzuschauen und auch mit den drei baltischen Staaten konkret, mit den Regierungschefs dort intensive Gespräche zu führen. Erwarten Sie tatsächlich, dass dann auch so eine Art Umdenkungsprozess vielleicht bei Olaf Scholz einsetzen kann, wenn er tatsächlich mal an der NATO-Ostflanke steht und sieht, wie brenzlig die Situation ist. Ja, ich hoffe das. Ich denke, er wird eindeutige Botschaften bekommen. Wir sprechen ja regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen aus diesen baltischen Ländern. Sie sind unmittelbar bedroht. Sie liegen unmittelbar auch an der russischen Grenze. Und sie werden ihm sehr eindringlich auch ihre Ängste schildern. Es ist ja so, der Bundeskanzler hat vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass er einen Atomkrieg verhindern will. Das will ja jeder. Aber man darf sich selbstverständlich nicht von Russland, von Präsident Putin oder seinem Außenminister Lavrov erpressen lassen. Wissen Sie, wenn man in der Ukraine Angst vor einem Atomkrieg hat, was will man dann den Balten, die Olaf Scholz jetzt besucht, ernsthaft sagen? Will man denen sagen, wenn bei euch ein russischer Angriff stattfindet und sei er auch nur begrenzt und würde nur einige wenige Quadratkilometer betreffen, dass man dann nicht einträte in eine militärische Auseinandersetzung, obwohl NATO-Gebiet betroffen ist? Also das kann man doch nicht verantworten. Es ist ganz grundsätzlich so, man darf sich von Putin nicht einschüchtern lassen. Man muss ihm konsequent und hart entgegentreten. Wir haben keine kriegerische Auseinandersetzung gesucht. Die Ukraine hat sie nicht gesucht, aber wir stehen jetzt solidarisch an der Seite der Ukraine, denn die Ukraine verteidigt unsere Friedensordnung, verteidigt am Ende Europa gegen einen Aggressor, dem offensichtlich fast jedes Mittel recht ist. Und je früher wir ihn stoppen, umso sicherer für uns alle in ganz Europa. Das sind natürlich auch die politischen Folgen dieses Ukraine-Krieges, der Europa natürlich weiter in Atem hält, Herr Wadephul. Aber wir müssen auch mal auf die wirtschaftlichen Folgen gucken, also die Energiepreise steigen immer weiter, auch die Lebensmittelpreise steigen. Und jetzt gibt es ja bei SPD und Grünen die Forderung, dass die Konzerne, wie zum Beispiel die Mineralölkonzerne, dass wenn die Gewinn machen, dass es dann eine Übergewinnsteuer geben muss. Selbst die FDP sagt, nee, kann nicht sein. Wie stehen Sie denn als Union zu diesem Thema? Na, ich glaube, wir haben ein Kartellamt, was sehr genau prüft, ob es Preisabsprachen gibt. Dessen Mittel müssen vielleicht geschärft werden. Aber ich bin in dieser Situation nicht dafür, dass wir Steuern erhöhen. Die Auseinandersetzung zeigt einmal mehr, die Ampel ist sich nicht mehr einig. Die FDP verfolgt eine völlig andere Agenda als SPD und Grüne. Und das zeigt schon, dass noch nicht mal nach einem guten halben Jahr diese Koalition schon große Schwierigkeiten hat, gemeinsam Regierungspolitik zu formulieren. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, das bleibt aus unserer Sicht weiterhin richtig, dass man pauschal Steuern jetzt senkt. Das erreicht alle. Das erreicht auch Rentnerinnen und Rentner, die jetzt von den Maßnahmen der Koalition kaum profitieren. Und das wäre die richtige Antwort auf diese Krise, die hoffentlich bald überwunden ist. Und nochmal, sie ist umso schneller überwunden, je wirkungsvoller wir Putin entgegentreten. Johann Wartevogel, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Ich danke Ihnen für das Gespräch.